Nice, 22.000 Wir brauchen mindestens 15.000 Überfall auf Strip Mall Ein kleines Einkaufszentrum in einer ruhigen Gegend der Stadt mit unterbezahlten Sicherheitskräften Das würden Sie darum bitten 17.000 Ziel, verwende maximal eine Wiederbelebung Show me what you got Also ein Überfall pro Tag machen, wie es scheint Dann müssen wir fast die anderen Leute anheuern Erhöhte Resistenz gegen Kugeln Verringert die Waffenkosten 21.000 Ich habe einfach Angst um ihr, wenn ich ehrlich bin Geldmacher Mission Wenn ich es ruhig und langsam mache, sollte es doch eigentlich gehen Ich hoffe es zumindest Ansonsten war es ein Schädestolm Es ist der perfekte Zeit, um ein Lütz zu bekommen Sei bewusst auf der Wert des Lütz Fokus auf der Qualität Okay Bloß den Törnstaffen füllen Wir treten das Einkaufszentrum Ich wollte noch kurz schauen Unser Fluchtwagen ist hier an der Ecke Mit dem Baulasten Und wie immer erstmal Auskundschaften Ob es irgendwelche Überwachungskameras gibt Sonderfälle Ja Schrei halt noch lauter So hier vorne sieht es ziemlich ruhig aus Hier hat es auch keine Kameras Und keine Leute die durchlaufen Könnte man durchs Fenster einsteigen Aber ist nicht so schlau Und hier vorne geht eine Party ab Zufahrsereignis Party im Kaufhaus Also hier könnten wir theoretisch rein Finde ich jetzt interessant, wenn es ein Zufallsereignis ist, kann es sein, dass dieses Ereignis nicht immer hier stattfindet Seek the items of most value and clear the cash registers Eliminating the guard is undesirable A steady hand and a firm voice Okay Hier können wir nichts ausrichten Wenn die Leute hier drin sind Ich würde sagen, wir gehen hier drüben durch die Seite rein Sollten auch nicht zu viele Leute Herumlungern So nicht hier Diese Seite Kameras hat keine Nicht so lauut Wie der das einfach rumschreit Den Guard müssen wir eigentlich fast einschüchten und ihn mit reinnehmen Aber er steht halt gerade vor ne Kamera Yes Das ist ein Problem Ich versuche mein Glück einfach mal hier Okay Da kommt gerade jemand Guard Und der Guard hat dich auch bewegt Das ist doch Das ist doch Magnus Tos Ya ich habe verteidigteKameränie Ja, hoffentlich. Die Frage ist jetzt nur, was ist wertvoll, was nicht. Also die Kasse mit Sicherheit. Ich hoffe jetzt nicht, wir kommen hier drüben raus, ne, ok. Wie ist es, kann ich kommen, oder? Really? Kamera! Kamera ist tot! Bezauber mit den Kameras. Du kannst die Tension attraktieren. Proceed mit Kaution. Du hast die Tension. Jeder ist stark. Kann ich den anderen irgendwie reinholen? Ich mach gar nichts. Kam, da! Ich mach gar nichts. Der Security Raum ist halt gleich dort drüben um die Ecke. Ich wechsle mal kurz auf ihn. Könnt ihr auch von oben reingehen? Hey. Shadow. Ich bin hier. Hold! Hier sind noch zwei Kameras drin. Das ist doof. Hier kann es einfach jeder sehen. Das ist doof. Get behind me. Ich glaube hier hinten. Hier hinter der Tür ist gleich eine. Ich glaube ich muss die Musik ein bisschen leise stellen. Ich glaube ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Du bleibst schon hier. Das ist klar. Das ist klar. Das ist gut, bisher hat es noch niemand bemerkt, dass wir hier sind. Sie sind zwar alertet, aber sie haben noch nichts bemerkt. Everybody down, now! Komm, komm rein. Kann ich die Waffe wegstecken? Ich glaub, hier hinten sind Leute drin. Das ist gut. BOOM Could I pouch them a lot like these abilities? Those wooden boxes may contain valuable goods Wow, we've reached the limit. So prosperous. The lock is off. Status? About half or so. Excellent. Continue your mission. The lock is off. Junge, mach doch die Tür zu wenigstens. Good. It's open. We've got enough. Are you certain? Yeah, but there's never really enough. Yeah, find ich auch. Genug kann man nie haben. Denn das läuft ja gut. Von daher. Okay. Got you. We are half full. God damn we're good. Alright. There we go. Was gibt's hier schönes? Eine Kasse. Ich muss die Tasten wirklich umbelegen, dass es ihnen hier wird. Was gibt's hier drin nichts? Was gibt's hier drin nichts? Die Kasse ist auf dieser Seite. Da sieht mich jeder. Der ist mir zu risky. Ich glaube hier hinten. Hinten dran ist das! Ich muss ganz kurz schauen, wie man die Waffe weglegt. Ich habe die Steuerung leider noch nicht ganz drin. Host the weapon, huh? Komm raus, Junge. Hallo? Hallo? Everything alright? We got it. We got it boys. We got it. Nice. Perfect. Slow and steady wins the race. Slow and steady. Überfall auf die Strip-Mall. Erfolg. Sehr nice. 15.000 und 5.000 extra. Auch wieder 3 Sterne. Stufenaufstieg. Boss Stufe 4. Good time to add some juice to the tank. Baker erhält eine hochwertige Waffe. Selten. Die Kampagne beginnt mit einem zusätzlichen Teammitglied. Ein Rookie Crewmitglied. Baker erhält einen coolen neuen Vorteil. Zielsicher verringerter Waffe. Nein. Das ist selten. Ich nehme das. Und weiter geht's. Somit sind nun alle 4 Teammitglieder vorerst. Für keinen Job zu haben. Und wir haben jetzt hier eine neue Waffe. Scorp. Sieht mir nach einer kleinen Uzi aus. Ein Schlagrimm. Oder ein Scorp. Glaube ich fast besser. Ich habe eine Pumpgun und eine Glock. Was ist das? Ein Geschwindigkeitsbooster. Ein Messer und eine Glock. Okay. Sieht gut, Boss. Was machen wir heute? Okay. Kritangebote versteckt. Man kann Krit aufnehmen. Okay. Luxusgüter im Wert von 6.000 verkaufen. Why not? Elektronik ist gerade ziemlich schwach. Um, das ist das. Wie scheint. Wie scheint. Sieht nicht. Ich nehme die Beste. Ich nehme nackere Augen. Ich sage mich, Frau. Ich nehme meine Waffe. Ich sage meine Waffe. Ich sage siehe. Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017